Das erste Verb ist Abfahren, ein trennbares Verb. Abfahren bedeutet anfangen zu fahren, ähnlich wie losfahren. Zum Beispiel, der Zug fährt um 18.56 Uhr ab. Das Verb Abfahren brauchen wir oft, wenn wir uns an einen Zeitplan halten müssen, bei der Bahn, beim Zug. Das Verb Anfahren bedeutet, dass ich von etwas getroffen werde oder etwas streift mich. Zum Beispiel, ich wurde von einem anderen Fahrzeug angefahren. Wegfahren, da hört ihr schon das Präfix weg. Wegfahren bedeutet sich von etwas entfernen. Also einen weiten Weg zurücklegen. Zum Beispiel, ich fahre weit weg, weil ich ein anderes Land kennenlernen möchte.